Arda, Tadasana, ist wörtlich die halbe Berghaltung, insbesondere ist es die sehr aufgerichtete Berghaltung. Felix zeigt, wie es geht. Von der normalen Tadasana-Stellung aus, mit Fersen zusammen, Zehen zusammen und aufgerichtet, hebe einen Arm nach oben, die Fingerspitzen hoch zur Decke, der andere Arm zeigt nach unten, Handfläche berührt den Oberschenkel. Und jetzt gehe auf die Zehenspitzen, hebe die Fersen hoch und so komme, so hoch wie du kannst. Arda, Tadasana, stärkt die Wadenmuskeln, ist eine Übung, um Gleichgewicht zu entwickeln und dich auszurichten zwischen Himmel und Erde.